98.2 Radio Paradiso. Die Schlaumacher. Spezial. Internet und Medien. Präsentiert von der Makromedia. Hochschule für Medien und Kommunikation in Berlin. Meine Herren, Sie müssen jetzt ganz stark sein, denn in Sachen Internet und vor allem bei sozialen Netzwerken sind uns die Damen haushoch überlegen. Kein Wunder, denn die Frauen halten sich bei Facebook und Co. deutlich länger auf als wir Herren. Nach neuesten amerikanischen Studien geht Ihre Frau am PC im Durchschnitt zwei Stunden länger, mit dem Smartphone sogar drei Stunden länger in sozialen Netzwerken spazieren als wir Männer. Am PC gute acht Stunden und mit dem mobilen Telefon sogar fast zehn Stunden pro Monat. 98.2 Radio Paradiso. Die Schlaumacher. Spezial. Präsentiert von der Makromedia. Hochschule für Medien und Kommunikation. Studiere Medienmanagement und sichere dir eine der letzten Studienplätze plus Berlin-Stipendium. www.paradiso.de